Endlich zu sagen, dass Bayer Leverkusen ein deutscher Meister ist. Es ist eine große Ehre für alles. Total bedient für diese Mannschaft, diese Fans, diese Vereine. Nicht nur diese Mannschaft, auch die Coach, die Spieler, die Direktor von der Vereinheit. Sie haben viel für diesen Titel gekämpft. Wir sind eine Konsequenz von einer Top-Arbeit in Ville Jahr. Ich erinnere mich mit meinen Kollegen von der Vergangenheit. Christoph Daum, Claustor Moller, Roger Schmidt und Wille Mehr. Ich will es mit vielen Leuten teilen. Es ist ein Moment, einen großen Erfolg in diesem Bereich zu genießen. Das erste Mal ist immer besonders für alle. Wir waren ein Teil von diesem Moment in Bayer Leverkusen. Es fühlt sich super. Wann war für dich klar, dass du mit dieser Mannschaft Deutscher Meister werden würdest? Gab es einen Moment? Gab es ein Spiel, wo du gesagt hast, wir packen das? Sag es so. Verrate es uns auch bitte mal. Danke. Ja, natürlich. Das Spiel gegen Bayern zu Hause war sehr wichtig für uns. Es konnte passieren, dass sie über uns waren oder wir hatten einen guten Vorsprung. Vorsprung war wichtig, aber es gab noch viel Arbeit zu tun. Wir haben nicht zu viel über die Meisterschaft in der Kabine gesprochen. Aber wir hatten alle in unserem Kopf, dass es das Jahr sein könnte, Meister zu werden. Und die Konstanz, die Qualität von unserem Spiel, wie wir gespielt haben. Ich glaube, es ist total verdient, dieses Titel. Es ist nicht einfach, was wir haben gemacht, solche Spiele zu gewinnen. Ich habe das geliebt, geliebt, geliebt wie Spieler mit FC Bayern. Ich glaube, wir haben auch unglaublich gemacht, diese diese Mannschaft zu fühlen wie Coach. Es war super und total verdient. Wir haben gespielt, wir haben vorbereitet, unsere Mentalität. Super Kader, super Mannschaft. Alle Jungen, sie haben alle gegeben, jeden Tag gut vorbereitet zu sein für Union, Darmstadt, auch zu Hause. Wir waren sehr konstant und das war der Schlüssel für den Titel. Zu gewinnen, wenn es noch viele fünf Spiele gibt, ist unglaublich. Und wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um zu akzeptieren, was wir gemacht haben. Aber jetzt ist der Moment, diesen großen Titel zu genießen. Für mich ist es die größte. Die Bundesliga ist immer die größte. Und wenn man konstant sein muss, wie wir es gemacht haben, dann freue ich mich. Einen schönen Tag. Deswegen. Und da ist die Freizeitigung. Und das ist ja auch immer, wenn du mir waren.